Was wäre, wenn das Wahlergebnis zur Bundestagswahl 2021 so wie hier dargestellt ausfallen würde? Ich habe hier einmal den Mittelwert mehrerer großer Umfragen der jüngsten Vergangenheit zusammengeführt und hierbei bekäme die SPD den Auftrag, eine Regierung zu bilden und wäre damit in der Verantwortung, Koalitionsgespräche zu führen. Da ich persönlich nicht denke, dass die Große Koalition zwischen CDU und SPD weitergeführt werden möchte von Seiten SPD, gibt es meiner Meinung nach nur eine denkbare Möglichkeit. Und dies wäre eine mögliche Koalition zwischen SPD, Grünen und FDP. Das heißt, wir hätten hier einmal die Ampelkoalition. Diese Koalition hätte dann 53% aller abgegebenen Stimmen. Wie sich das nun auf die Sitze im Bundestag verteilt, entscheidet sich erst nach der genauen Auszählung aller Erst- und Zweitstimmen. Zumindest deutet meiner Meinung nach alles darauf hin, dass die CDU, CSU als zweitgrößte Partei in die Opposition muss. Warten wir also mal ab, wie die Wahl tatsächlich nun heute Abend ausgeht. Wenn dir dieses Video gefallen hat, freue ich mich über einen Daumen hoch, ein Abo meines Kanals und wenn du es noch nicht gemacht hast, vergiss nicht die Glocke.